okay meine freunde dieses projekt kam wirklich gut an und ich freue mich sehr darüber jetzt mein bestes projekt mit abstand selbst besser als skyrim und vielen dank erstmal für die unterstützung wir sind schon weiter gekommen ein bisschen haben wir gemacht als ihr nicht zugeguckt und zwar in meinem stream gestern habe ich noch den turm hier zu ende gebracht ich dachte ich will euch was anständiges liefern und leinen klaus kriegen wir aus klassen für die banner aber dass wir dafür benötigen so das ist neben dem das neben dem dann machen wir das hier flachs flachs brauchen wir bestimmt dann für klamotten und allen möglichen kram gut ist wieder niedrig smocken tun die schon die bekloppen aber ja wie immer vergesse ich natürlich dass wir auch neues vielleicht brauchen so viele kaninchen die rumrennen können wir gleich dem jäger wieder zu lauschen wie der jäger dann ein tier nach dem anderen tötet im natürlichen lebensraum des menschen während des mittelalterlichen krieges war das schlachten von tieren und umgänglich das war mein ähm mittelalterlicher report zu dem thema was wir heute machen wollen wenn die auch wieder aufgewacht sind die faulen und das hier waiting can't be reached gut dann haben wir das ja auch schon erledigt dann müssen wir ein ding nach dem anderen dahin bauen ist mittlerweile so hoch dass wir uns echt überlegen müssen wo wir zuerst bauen kaputt 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 oh nein kannst du da auch nicht dran dann müssen wir das auch kaputt machen und das habe gedacht das müssen wir nicht wir setzen flex an das ist wichtig weil ich will hier später alle großen türme mit banner ein bisschen verschönern müsste ich meine so ein bisschen ein heimisches gefühl geben ein bisschen zu hause zu sein ja und mit den fackeln am rand zieht das schon echt geil aus smoker arbeiten der erste smoker ist gleich fertig dann haben wir wieder ein bisschen die menschen sind endlich verrottet aus den bonds können wir dann schöne köpfe machen zeigen gucken uns mal den hunter an was der hunter in der zeit macht oh ist kein hunter ich hätte schwören können dass hier irgendjemand geschossen jetzt würde ich ein hunter sehen gott sei es am handen gucken wir mal an was unser kleiner hand da hier macht er setzt die armbrust an und trifft aber das vieh rennt weg und er hat fast den hasen getroffen was gar nicht absichtlich war immerhin hat er den baum erwischt gut hätte er jetzt daneben geschossen dann hätte ich ihn verband okay er wird verband leute ihr könnt doch wohl ein rea schießen aber der macht doch gar keinen schaden ich habe den falschen jäger ausgewählt das ist auch eigentlich gar nicht der jäger was macht sie warum jagt er er ist total der falsche das was jagen hör mal auf du bist du doof dafür du triffst die bäume da hinten jetzt trifft er die mauer leckt mich doch piep okay verdammt da Leute ist doch ganz einfach ihr zerstört das jetzt würde ich hier mit kindern rennen ich habe da jetzt alles gemacht bekommst du da jetzt dran du hast ja auch das geschafft zu bauen okay dann müssen wir anscheinend hier lang tatsache wie habt ihr das dann gebaut okay jetzt mal was ganz verrücktes wenn wir diese leiter kaputt machen kommen die dann da dran können das auch kaputt machen tatsache okay ich habe einen kleinen und aber wir können den auch lösen was haben wir denn hier langsam kurz dann gehen wir jetzt hier an die ecke und dann soll er das erbauen wird sonst verrückt hier und hier bauen die soll er in ruhe lassen hey Leute ihr seid hohl ach das ist die Treppe dann gehst du da hoch dann machst du den einen Felsen hier so geschehen kannst du dir die Treppe nicht hoch gehen kannst du dir die Treppe nicht hoch gehen kannst du halt die Treppe da hoch gehen ich werde verrückt ich kann nicht erreichen ich kann nicht erreichen wir probieren jetzt hier rum übrigens wir haben auch hier ähm das Haus so ein bisschen stürzen müssen und es ist so ähm es ist klar dass jemand aus dem tiefen Gash und es ist so ja ja natürlich haben wir nichts zu befürchten einmal ein wenig ein Schmied ist gut und ein Nacktkämpfer jetzt haben wir natürlich das Problem dass wir wollen wir die Schmiede hier dass wir natürlich was gesperrt können ähm was ist mit der Queule oder der Axt ähm die Axt ist besser oder? die Axt ah da ist schon eine Axt ja gut dann brauchen wir dich so wir haben einen Smith das ist gut den Smith setzen wir sofort als Schmied ein du du kannst nicht alles machen Toschi da machst du auch ein bisschen was ne die kommen da hoch habt ihr das gerade gesehen? die kommen da hoch und warum können die das nicht? ey jetzt werde ich gleich aber stinkig jetzt werde ich echt gleich stinkig haben die da nicht dran weil da ein Stück Boden fehlt bitte die ist natürlich falsch rum weil so kommt die jetzt nicht mehr hier dran so wir machen den noch eine Etage höher dann setzen wir ein Dach drauf außerdem brauchen wir noch einen neuen Turm und zwar hier ein Wachttur und wir bauen da einen größeren Wachttur der Burgfried muss größer sein als der Wachttur also ich hab mal durchgerechnet wenn die Treppe hier wir müssen ja auch noch lang gehen die Treppe braucht ungefähr 4 plus 5 also 6 muss der breit sein mindestens das hier wird ein Durchgang für den Turm sehr gut dann könnt ihr jetzt hier endlich fertig machen und hier brauchen wir auf einmal geht das ich werde verrückt und eins was habe ich gesagt wir brauchen 5 6 oh nein den brauchen wir noch nicht oh kurz rausgedippt so ist das nicht ein schöner Wachttur warte 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 das ist ein zu viel ja das ist ein zu viel ab ab warte auch immer wieder so da haben wir auch schon was und einmal solving das Problem geh mal runter ich würde ich würde nämlich gerne die Burg heute fertig machen oder spätestens nächste Folge weil da machen wir eine solche Folge wo wir nur den Rundgang in der Burg zeigen wir haben die Eisen hier ist kalt steck kram uns da langsam durch und gucken mal was passiert ok das hat noch nicht ganz jetzt brauchen wir folgendes holz und wir brauchen eine eine Mauer eine Mauer stop it die Mauer wird ja wahrscheinlich hier lang gehen ah ne wird sie nicht wir gehen hier lang und machen da eine Tür rein oh das sieht ja bescheiden aus vielleicht mal wir machen das doch so so das wird dann unser großer Wachtturm und der Burgfried der wird noch hier kommt noch eine Treppe drauf und dann kommen die Zinn und die Smoker laufen denen geht's gut das ist très bien dritter Saal sieht auch schon ganz schick aus haben wir schon ein bisschen geschmückt wir könnten auch noch die Rückseite schmücken was meint ihr nehmen wir nehmen wir nehmen wir ja warum nicht hell ist er ja genug lass mal schauen wenn wir dann auf ein Bücherregal setzen oh guck mal wie groß das ist nehmen wir lieber den pot aber hier haben wir eine Lehrwerkstatt und wo eine Lehrwerkstatt ist dann gehören auch hier laufen unsere Arbeiten sieht doch schon mal toll aus haben wir noch genug Holz Holz sammeln aber auch ich bin in Gott haben wir auch okay wie sieht's mit dem Turm aus der Turm braucht noch Steine wir haben wahrscheinlich keine Limestone aber die graben ja schon wie verrückt danach aber die graben ja schon wie verrückt danach Moment hier ist nirgends von der Limestone ich muss dann gleich eine Ebene tiefer graben so jetzt kommen die Blöp die erste Treppe machen wir nach oben und dann immer so rum sieht das gut aus ja sieht gut aus machen wir so Limestone kommt hier und Holzstone kommt da schön jetzt können wir oh jetzt müssen wir aber nachdenken was wir machen zuerst die Fenster und den Walder also ich habe den Grab noch ich glaube 600 zum Graben gegeben unsere Fahnen würden in 8 Tagen soweit sein oh Construction fehlt sieht doch schon mal gut aus sehr sehr massiv der Turm würde ich sagen ja aber er soll ja das Land beschützen an der Nordbrücke haben wir auch schon einen neuen Turm das ist das Zeichen von Weinberg Schis erster Stadt oder zweiter die erste ist unsere Streaming Stadt ich will hier nix falsch machen sonst kommen die wieder irgendwo nicht dran und die schlafen wieder wie viel Fleisch haben wir ist noch eine Menge und Smog? gar nichts ich kann jetzt in der Nacht smoggen ich habe aber eigentlich gedacht wir hätten mittlerweile ein bisschen mehr Vorrat mit den Lederkappen und den Leute und die Asche den Müll brauchen wir nicht Asche Asche brauchen wir nicht warum liegt dann denn noch die Asche? hm? was haben wir denn hier? hab ich auch schon weggesagt ah die Leute machen einfach nicht was man ihnen sagt das hasse ich heute ist der Burgfried fertig unser Mini-Projekt Starwing ich hab da noch ein Lagerfeuer wie viel ein Worsted Meat Rating for Ressourcen eigentlich haben wir genug Fleisch ich weiß nicht wo deren Problem gerade liegt da Smogfleisch alles die Smogge wieder voll Rating for Worker gut das Projekt läuft weiter jetzt kommt der nächste Stein für Stein damit die sich nicht viel zubauen können wir hier auch direkt machen die kriegen das hier irgendwie besser hin oh nein die baut sich wieder zu naja die baut sich zwar wieder zu die Nudeln genau wie die hier nicht nachgedacht ich hab schon echt gedacht die machen das besser an der Seite gut jetzt macht ihr den und ihr macht den und 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 den das kriegen wir wohl hin komm schöner Eisen graben kleine sehr froh dass ich mich nach Gold graben lasse dritte Ebene das reicht aber auch so jetzt machen wir noch eine Treppe und dann haben wir die Zinn ähm Einstern hier rüber und hier rüber hier rüber hier rüber und hier rüber und jetzt kommt bisschen gekünstelt Perfekt 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 so und der letzte Stein hier läuft dann immer dieses Fußball-Lied im Kopf wie auf eine Stein lang aber dann krieg ich ähm Hasskommentare so lass mal jütten so wenn die das hier geschafft haben dann noch einen aber wir haben wieder kein Limestone ich muss mir echt was überlegen Clay 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 Limestone, Limestone, Limestone Limestone müssen wir überlegen ob ich die nächste Treppe hier ansetze setzen wir die denn hin okay wir müssen noch graben und zwar hier 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 und hier dann kann die Mine in die nächste Ebene so Treppe Treppe oh nein und nochmal ein Assassinenangriff aber wie der Assassinenangriff weitergeht das seht ihr in der nächsten Folge also schaltet wieder ein und vielen Dank für's zu sehen und bewerten nicht vergessen bis dann Ciao